so viel beute gut weiß ja gar nicht was ich nehmen soll alles bedarf ich habe eins auf die eine karte ich habe 91 73 79 76 42 78 91 damit ihr spiel ich nicht mehr ich habe aber für den schnitt dabei ja aber die habe ich auch bekommen 76 34 80 72 64 53 also die arme für den schnitt habe ich bekommen ich habe 27 1 43 27 29 37 33 ich könnte nicht gehe ohne was hier raus ich habe was grünes also ich habe eine sache zu müssen bekommen ich hätte aber gern entweder eine serotonin oder das pet die karten sind mir eigentlich sogar egal ich auch 76 ok notenrollen habe ich keine bekommen ich habe nur glück zurzeit bei bei dem normal rate beim letzten direkt bekommen ich liebe das leben das ist bestimmt streamer bonus ich liebe die arme passen einfach so überhaupt nicht mehr zum outfit wobei gold und schwarz sieht natürlich auch geil aus ja aber du kannst ja bestimmt noch färben ja wobei ich glaube ich gar nicht färben aber es passt nicht so sehr im jetzigen outfit wird auch guck mal die bunten kugeln fliegen davon und die die wir gerade bekämpft haben die wir ja für stück fertig acht kommen noch wir wissen mehr was in den nächsten Rates erwartet. Sterben. Jetzt hier, wenn man warten muss, ist komplett verfühlt, ey. Oh, die hab ich! Die hab ich als Puppe! Die hab ich als Petz! Ich glaub, ich werd gleich gehauen. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Nene-nenene. Karma kommt. Oh ja, Karma kommt und fickt mich richtig. Das Karma krieg ich jeden Tag zu spüren. Hizuki! Ich hab mich ja schon ewig noch nicht mehr gesehen. Ich seh alte Freunde wieder hier. Echt? Ja. Hast du das Video geskript? Guck mir das später an. Guck mir das später an. Ich muss das jetzt gucken. Right. Götter. Jetzt ist dein Spielzeug wieder weg. Guck mir das später an. Guck mir das später an. Guck mir das später an. Ja, voll cool. Ich hätte natürlich gerne eine Notenrolle gehabt. Wurdest du nicht genug belohnt? Nö. Ich finde nicht. Ich finde, der braucht so etwas. Also so oft wie ich gestorben bin, hätte ich das verdient. Für was? Fürs Rumliegen? Damit ich beim nächsten Mal was zum Kuscheln habe. Nee, für die seelische Qual, die sie erleiden musste. Ja, ja. Und welche seelische Qual habe ich erlitten, weil ich weniger gestorben bin und versucht habe zu überleben? Das ist ja dein Problem, wenn du das versuchst. Hat dir keiner gesagt. Und nur weil du gerne sterben willst. Aber nur im Spiel. Im wahren Leben habe ich es mir schon anders überlegt. Das ist gut. Und das ist gut. Das will ich hören. Ob sie Aphrodite darstellen soll? Möglich. Weil dann hätten wir Zeus, Hades, Aphrodite und Thor. Sie ist die Göttin der Sonne und des Rechts und ihr Element ist das Feuer. Der erste Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Also sie hat nichts mit Liebe zu tun. Sie ist ein heißer Feger. Sie ist ein heißer Feger. Ähm... Menfina. Menfina wird wahrscheinlich das sein. Die dann... Okay. ...mit Aphrodite. Sie ist die Göttin des Mondes und der Liebe. Ihr Element ist das Eis und der elfte Mond des Jahres. Nach allgemeiner Auffassung ist sie erzimmer Stiefstresser und Ushoons Geliebte. Also wahrscheinlich wird sie das dann sein. Pyrogoth ist äh... Gott der Bauwerke. Gott, warum... Gott der Bauwerke und der Handwerker. Sein Element ist der Blitz. Der sechste Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Blitz und Zeus. Ähm... Naltal... Äh... Sie sind der zweit... Äh... Sie sind der zweitgesichtige Gott des Handels und der Unterwelt und den Schutzgott Uldars. Ihr Element ist das Feuer und der siebte Mond im Jahr. Steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung sind Neid und Tal Zwillinge. Ich will das Opo-Opo-Junge haben. Gib das her! Ich hab es. Ähm... Äh... Ralga. Er ist... Er ist der Gott der Komete und der Zerstörung und der Schutzgott aller Migos. Nach allgemeiner Auffassung ist er Nimeas Diener, gleichzeitig Pyrogoths und Halons Adoptivvater. Also 8 Uhr oder 9 Uhr. Also soviel zu den Göttern. Ne, danke. Gerne. Frag mich doch! Achja, ich hab ja hier noch ein Pizzastück. Ehrlich, ich find ja Graha hat so ne leicht schwule Aura. Mhm. Aber es kommt drauf an, wenn du nen weiblichen Charakter hast. Es ist jetzt nicht abwertend gemeint. Nein. Stimmt Graha toll. Ah, super. Ich hab ihn akzeptiert. Ich hab ihn akzeptiert. Klingt auch wie der, wow. Er isst mir halt einfach ein zu sein Weichei. Und vor allem das Schlimmste ist, er dackelt mir halt hinterher. Wenn ich sage, Graha, spring von der Klippe, der würde unter Po von der Klippe springen. Weil nur, wenn du ihm vorher versprisst, ihn zu retten. Ah. Siehst du, da haben wir das Problem. Das garantiert nur der erste Teil freigeschalten, ne? Für den Alli-Wade? Ja. Damit. Was glaubt ihr, ob Xenos uns nochmal begegnet? Bestimmt. Maybe. Ob er vielleicht der schwarze Ritter ist? Nein. Okay. Der hat es nicht nötig, sich zu verstecken. Nein. Wenn meine Vermutung aus dem anderen Final Fantasy richtig liegt, dann ahn ich, wer das ist. Oh. Nicht spoilern, bitte. Nö. Hätte ich nicht vor. Okay. Kann ich jetzt das Opo Opo mitnehmen? Nein. Oh. Oh. Ich muss zum Marktbrett. Das schminkt sich bestimmt auch auf meinen Kopf. Vielleicht. Das Opo Opo macht. Kuga. 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 Wie geil. Oh je. Oh, entschuldige. Ich hab grad nicht im Stream geguckt. Hä? Na, weil du grad in der Szene bist. Nö, also gut. Und ich krasne. Bei, bei Alli-Dings ist das in Ordnung, da lese ich eh nicht. Ich hab die auch nicht synchronisiert, das ist egal. Ich hab die auch nicht synchronisiert, das ist egal. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie bin ich satt? Wie ist das? Ich schick das Essen durch die Leitung. Mhm. wir haben hier aufgepasst nämlich hast du aufgepasst ich bin auch nicht so weit wie du was so sein können oh mein gott hier heißt eine sumpf wie sumpf gott manche haben auch namen es erinnert mich an schimpfe es scheint noch einen zweiten teil zu geben dachte ich mir mit dem nächsten mit dem übernächsten da können wir auch vorstellen dass es dann im dritten patch kommt und im letzten wo soll das hier denn sein eins ist auf der brücke das ist dieser komische obelisk in der mitte und eins ist ein npc ich bin zu blöd ich finde ja nicht was denn hier ein obelisk der brücke der da ich sehe doch nichts ich sehe jetzt nicht so von mir ich habe das extra nicht angeklickt weil ich das einfach nicht da einfach nichts berühren konnte der zweiten mpc der sollte nicht irgendwo von dort aus links am strand sein hier steht hier man ja auch ein zeichen drüber der ist erkennbar wo schon das orange laufen ja wenn hier aber nichts ist viel spaß beim suchen also ich finde keinen mit irgendwas über dem kopf da das ist ganz schön gemein weißt du das genau dahinter dann fehlt aber immer noch eins ja schneller 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 ok ok das andere zeit mal aus der welt das ist so gemein dass man hier nicht fliegen darf das stimmt aber trotzdem ist es gemein ich will unbedingt die ja aber nicht alleine allein ist langweilig würde ich dann lieber mit euch machen wenn ihr versteht was ich meine genau wie wir noch die restlichen vögel für mappa brauchen ich habe ja jetzt durch durch das movie event 2 habe ich ja schon ja da müssen wir mal gucken wenn wir fahren gehen am besten wenn ihr beide dann mal zeit habt könnten wir ja auch mal im stream machen oder nach meinem robot darauf habe ich auf jeden fall der mehr zeit das stimmt hast ja bald ja ich gehe ein bisschen mein trick level macht das er hat bald er hat sich gar nicht in die liste eingetragen bei uns ganz oben bei textkanäle unter herzlich willkommen und oster dilemma event ich bin du wirst nicht alt du wirst reifer wie ein guter wein genau Gute Weine müssen auch erst älter werden, damit sie perfekt sind. Also, noch perfekter als perfekt. Und damit man sie noch mehr genießen kann. Sagt einer, die gern Wein trinkt. Außer heute, heute hat sie einen Sekt. Aber den Wein habe ich halt nicht mehr so schnell kalt gekriegt, ne? Und war mal weinen ist, mäh. Mama! Was ist denn schön? AIDARIA! Weißt du, du meinst richtig herzig und dein so, oh Gott, nein, AIDARIA, Hilfe, fick dir! Ja, nee, ist klar. Wie schnellst du mich schon wieder da? Es klang doch nur so, oh, ich reite unsichtbar. Ja, geil! Ich bin unsichtbar! Ah, jetzt! Gibt's die Unsichtsbarkeitsdecke von Harry Potter hier auch als Maul? Umhang. Unsichtbar machen das Tarnumhang. Und ja, scheinbar schon. Wow. Ja, ne? Siehst, ich kann mich auf Tarnumhang. Verzeihen Sie viermals. Oh, ein fettes Schokobobo. Wir alle wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend laufen, ich verstehe das nicht. Nee, ich auch nicht. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Von THRN. 千ngulo. Ich Dreamsbarkeitsdecke... Ich bin einеры rec OP. Ja, wie ich es he הה Jeżeli ich bin, dann sieh her. �' Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ich glaube die gruppe kannst dann auflösen ja ist so wie du willst du mir mit mir in einer gruppe sein oder zumindest kitty und kitty entfernen weil der ist noch nicht mehr mit bei rede von der gruppe nicht vom voice das ist morgen ist mittwoch ist mittwoch ja ich habe ich komme schon wieder mit den tagen ja die tage sind schon heftig kann man leicht mal durcheinander kommen ich habe neulich ein laser pointer für meine katzen gekauft mit fisch motiv das wird endlich mal ausprobieren das witzige ist wir haben auch ein laser pointer für unsere katzen die feiern ja richtig aber unser hund auch ja hunde sind auch verrückt nach ja sie sogar noch mehr als unsere katzen wolltest du nicht mit runternehmen im keller eigentlich die tage ja kreot keinen bock und hat sich gedacht ja sie mag den keller nicht weil sie gelernt hat dass ich hier eigentlich rein darf also ich bin halt dich herrchen ich habe als karl ja also ich kann da nicht mitteilter ich habe keine überzeugenden argumente ja du musst mir mal bei gelegenheit ein foto von ihr wieder schicken kann ich machen wenn du so lieb bist kriegen wir hin richtig quatschen ja die ganze zeit dann kann ich amt das kot mal den post fertig machen allgemeine nicht news ja allgemein steht jetzt eigentlich der 25 weiß ich nicht hat sich keiner mehr drauf gemeldet nach mir ist das sowieso wurscht weil ich habe gedacht luna meldet sich vielleicht noch mal drauf habe ich jetzt ja dann nehmen wir erst mal den 25 vierten 20 uhr denke ich wieder war 20 uhr und Vielen Dank. Das Schlimmste ist, ich muss jetzt ja den Raider noch öfters laufen, damit ich die Notenrollen kriege. Ja, natürlich. Wenn wir die Notenrollen noch haben. Also für mich gibt es jetzt noch die Füße, ne? Die Stiefel. Für den Baden da drin. Für dich gibt... Ich glaube, da gibt es das ganze Gier? Nein. Oder? Oder ist das immer noch... Ich konnte... Ich konnte jetzt bloß auf Füße für den Baden würfeln und auf den Kopf. Ja, weil nur die aufgetaucht sind. Aber ich denke, es gibt das ganze Set, weil in der zweiten Abteilung ist jetzt wieder ein anderes Set. Genau das meine ich, weil die anderen sind ja nicht aufgetaucht. Okay. Das ist ja immer... Achso, ich habe gedacht, das ist immer gleich. Ne. Ich habe da nie drauf geachtet in anderen Dungeons oder so. Ne, deswegen muss man ja manche Raids oft laufen, weil du halt das ganze Set ja so ins Zusammenkriegst. Im zweiten gibt es dann halt wieder andere oder ein anderes als im vorherigen. Dann gehe ich mal von aus auch wieder Besseres. So, ich pin das wieder an, ne? Ja. Okay, erledigt. Kannst ja mal reingucken, ob das so okay ist. Ey, ja, mach ich gleich. Ich habe hier gerade nur wieder das Problem, dass meine NPCs nicht auftauchen. Ja, das habe ich auch, dass das hier ein bisschen dauert bei mir. Gerade wenn die alle so auf dem Haufen stehen und... Boah, Stunden später. Morgen ist live ist strange dran, ne? Äh, ja, rein theoretisch. Ich verschiebe aber den Stream von morgen auf Donnerstag. Weil... Auf Donnerstag? Ja, weil morgen ist der letzte Tag, wo Frischos nicht da... Also komplett nicht da ist. Und ich hätte den gern für mich. Ja, okay. Und wann gedenkst du, Donnerstag anzufangen? Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich vormittags. Das ist immer scheiße. Donnerstag ist nämlich immer scheiße für mich. Aber da gucke ich mir dann das VOD an. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also kannst du schon mal davon ausgehen, dass ich nicht da bin. Ejo. Ja, wie gesagt, abends kommt halt irgendwann Frisches. Und da hätte ich gern mal eine volle Aufmerksamkeit drauf. Ne, ja, ist doch okay. Kann ich total nachvollziehen. Ne, aber Donnerstag ist ja meistens, dass ich dann ins Büro muss und Tafel ja dann auch noch ist. Weißt du, deswegen. Und das sind Sachen, die ich dann halt absolut nicht verschieben kann. Ja, alles gut. Aber dann weißt du da schon mal Bescheid, dass ich da nicht da bin. Mh. Kann man das irgendwie einstellen, dass die Freunde orange angezeigt werden? Äh, ja. Kannst du mir kurz zeigen, wo? Mh. Mh. Also Charakterkonfiguration, Namensanzeige und dann bei andere. Ah. Cool, danke. Ich hatte mich nämlich schon bei einigen gewundert. Oh Gott, ich habe auch von jemand anderen angeschrieben. Oh no. Ja, ist jetzt ein bisschen peinlich. Yuki, Yuki, kenne ich die auch? Äh. Die beiden da? Die sind doch aus Lunas Gilde OP. Ja. Die sind aus Lunas. Fuck, ganz ahn. Luna hat doch auch immer äh, OP dran. Mein Gehilfe hat ein Gegenstand für 45.600 verkauft. Uh, uh. Uh, sehr geil. Buch. Ja, ich habe jetzt erst mal so wieder 300.000. 7.555. 7.555. 696. Ich und Zahlen. Oh. Komme ich mir ja vor wie so eine Kirchenmaus hier. Ne, gut, ich habe ja auch gerade 4 Millionen für ein Haus oder für ein Haus gedingstelt. Also 3, irgendwas Millionen. Oh, wir sind ja schon Rang 11, das ich ja jetzt erst. Ja. Geil. Ja, ich habe uns mal auf 11 gebracht. Ja, nice. Super. Mhm. Ich habe 103. Und du warst shoppen. Äh. Seit 5 Tagen sind wir schon auf Rang 11, wo ich das letzte Mal reingeguckt habe, waren wir noch 10. Ja. Und das ist noch keine, keine 5 Tage her. Doch. Ach, hier kann ich gar nicht nachgucken, wenn ich jetzt auf freie Gesellschaft gehe. Warum werde ich eigentlich so viel angetatscht gerade? Finger weg von meiner Braut. Zieh dir gefälligst was Vernünftiges an. Den Lara kenne ich. Ach so? Ja. Den hast du aber nicht als Freund. Ist das Kitty? Ja? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, ich frag ja gar nicht mehr. Ja. Ja, du hast es Kitty. Ei, Kugel. Also die andere hier, die Yuki, hat einen ganz schönen Schlitz an der Seite. Ich kann den Schlüppi sehen. Oh, Naltkreuzung. Da kann ich ja gleich in die Wachstube mal gehen. Ich habe 103. Meinst du Gil? Ja, wahrscheinlich. Ich überlese den Chat gerade. Ja, weil ich ja zu sehr auf mein Spiel konzentriert bin, aber ich bin ja gerade alleine im Mod. Keiner weiter da. Luna ist nämlich auch nicht mehr da. Die ist inaktiv. Wenn seine Zune eingeschlafen ist. Das ist ja nicht schlimm. Ich bin ja hier. Aber ich weiß nur nicht, wie lange ich durchhalte. Ich bin scheinbar knuffig. Und also Lala. Jetzt muss ich aber einmal... Dein Lala muss meinem Lala jetzt aber auch eine Freundschaftsanfrage machen. Ja. Du musst jetzt Margarino suchen. Ja, ich muss aber erst mal ganz andere tun. Und zwar... Ich rede mit Kitty, du bist kein Lala. Ja, ich habe aber auch einen Lala. Da. Da war aber ein flinker Lala. Hast du gesagt, dass du siehst? Hallo. Der hat Raketenschuh angehabt. Hallo. Ich habe einen gefunden. Und ihr seid nicht befreundet. Ach nee, geht ja auch gar nicht, ne? Wenn sie die... Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, doch Freundschaft müsste gehen. Ja, Freundschaft geht, aber ich kann sie, glaube ich, nicht in unsere Gruppe einladen. Geschweige denn... Nee, Gruppe weiß ich. Äh, geschweige denn, dass sie in die Gilde kann. Das weiß ich auch. Und Flüsternachrichten gehen auch nicht. Also Flüsternachrichten können sie auch nicht schicken. Genau. Aber Freundschaft geht. Das ist halt, um das vorzubereiten, falls man richtig spielen möchte. Das habe ich verpasst. Nur, dass wir vor dir stehen und ich dir eine Freundschaftsanfrage geschickt habe. Und, äh, ja. Ich stehe mit meinem Trink dabei. Ich... Ich war nicht da... Ich stehe da nicht mit bei. Ich stehe da nicht mit bei. Nee. Wird gern so besetzt. Sind es bei mir schon wieder auf meinem Kopf? Bei mir nicht? Juhu! Ich habe Ryan als Freundin. Wo seid ihr denn? Äh, hier bei... Mison im Gildengedings von Gretaan. Ja, wartet, dann bleibt das stehen. Ich bin gleich da. Ich porte schon. Ich habe nicht vor, mich wegzubewegen. Ich will auch neue Freunde. Ich will auch neue Freunde. Papa hat keine Freunde. Papa muss Freunde finden. Ja. Ich brauche neue Freunde. Meine Alpen wissen schon zu viel. Oh! Ja, nee. Kennst du den Spruch nicht? Nee, der ist neu. Der ist mir neu. Wie dreht sich du kreist. Hexenstübchen war das, ne? Ja, genau. Das ist ein blauer Punkt. Ja. Ich eile, ich eile. Mit meiner fetten Katze. Ey, die kann ja gut mithalten. Wahnsinn. Ja, die fette Katze. Sollte man nicht für möglich halten, ne? Warte, warte. Hallo! Ryan wird erst mal überbelagert. Ich mache auch nicht viel. Gleich nimmst du Reis aus. Ich habe sie mit Küsschen bedeckt. Sie wird mir jetzt in Orange angezeigt. Kitty auch, aber du nicht. Wir sind doch auch Freunde, oder? Ja, aber wir sind ja in einer Gruppe. Gruppe haben andere Farben. Gruppenmitglieder. Kannst du meine ich aber auch einstellen. Ah, jetzt bist du auch orange. Nee, eigentlich blau, aber hey! Du bist blau, hast du gesoffen, oder was? Nö, nicht gesoffen. Nein, ich bin auch nicht blau. Guck mal, dicke Katzen, zwei dicke Katzen. Huch. Die gucken sich an. Also meine, also meine guckt, guckt die auf, also deiner Katze auf den Arsch. Hm? Was siehst du, ist da weg, ein Geist. Also meine Katze, meine Katze guckt deiner Katze auf den Hintern. Ja, und bei mir gucken sich beide an und ich habe mich gerade auf die Seite, meine hat sich gerade auf die Seite gelegt und deine hat sich jetzt gerollt. Nee, meine stehen immer noch unverändert da. Das ist sehr kurios und macht mir Angst. Deine rollt sich gerade von rechts nach links. Nee, meine steht da und bewegt sich. Ah, deine rollt sich jetzt. Ich habe auch mit Weidlawf angefangen, finde ich gut. Ja, ich habe auch mit Weidlawf angefangen. Jetzt ist es so. Weißt du, wie das aussieht? Wie Kühe schubsen. Obacht, ich habe eine Knarre. Die will gar nicht wissen, was sich Ryan gerade denkt. Hilfe, ich will nicht mehr spielen. Immer diese Angeber. Ryan, wenn wir angeben wollten, dann würden wir mit dir jetzt vor die Stadttore gehen. Ja. Und dann? Und dann unsere Maunze auspacken. Dann. Nein, das will ich ihr nicht antun. Ich weiß, wie dieser Knight ist. Ich auch. Hallo. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich mache meine Quest dann weiter. Warte. Umarmen. Und? Wo ist es denn da? Ich will nur Pandas. Ich will nur Pandas. Die Einstellung gefällt mir. Das ist das Pandas Welt, die es uns wünscht sich. Es gibt ein Pandas Reitier. Sieht das so aus wie der Weihnachtsbär und der Eisbär? Also von der Statur her. Hier ist ein Pandas Stofftier. So süß. Ja. Ich muss hier weg. Da ist der Markt. das ist das, was ich sage. Ich habe Geld mit ihr an Erdmännchen. Aber die sind ganz schön teuer. ich habe 75 kf von mainz damals hin geblättert alter aber ich liebe erdmännchen erdmännchen geht über alles bei mir sonst katzen katzen der rote panda pure niedrigkeit einfach ja warte mal ich will mal was nachgucken ich muss einmal was aber was nachschauen ist das dieser begleiter tut er auch was sich begleiten mich besteigen und so also aufmerung ok vergesst ja ja das kann ja der kann nicht bestehen ja nein weiß ich nicht ob er nicht bestehen kann ich glaube nicht ich glaube da kann ich nicht besteigen wäre aber cool wenn er einsteigen könnte lieber als dich mag er nur feenäpfel vielleicht kriegt er noch was zu fressen lassen stoff tier mann kostet 45 k so roter panda ich habe gerade ein ganz günstig geschossen rein bleibt mal bitte da stehen wo du bist panda schmetterlingsschwanz das ist ein fisch ok was kostet 110.000 leck mir am arsch also jetzt wird sie wird dann hole ich mir lieber das obo stoff tier ja ich werde von der anderen samtfote wieder verfolgt aus der weiten verwandtschaft angekommen ja da ist schon wieder eine samtfote hier laufen heute nur samtfoten rum ja eu sehr überflutet von uns ja ich möchte schon wie bloß eine kleine gilde so begleitet da so muss das neue ding weg ich weiß aber auch gar nicht ob das geht was ich vorhabe ich habe ein kleines obobo kannst ja nicht mit der handeln ich glaube es geht nicht ja das will ich ja ausprobieren ich weiß es nämlich auch nicht ich bin schock verliebt ich will es mal ausprobieren nee 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 geht leider nicht schade bin ich jetzt ach ich bin ich gerade kannst dich mit ihr handeln leider nicht aber ich habe trotzdem was für ein wenn sie vielleicht irgendwann nicht mehr kostenlos ist das hört sich jetzt auch komisch dann habe ich auf jeden Fall was für sie es war nicht teuer ich habe es für 80.000 gekriegt man petzt die preise nicht du meinst es ist keine dicke katze für fast 300.000 die dicke katze könnte ich nicht schenken aber ryan ich bewahre es für dich auf ok und bitte lauf nicht weg wie fox da bin ich immer kostenlos der ist gut ich wollte eigentlich etwas sagen was so wirkt wie dass du für mich unbezahlbar bist aber mir ist einfach nichts eingefallen deswegen kam es halt so blöde rüber sie hat super reagiert ja das ja aber trotzdem ich wollte das eigentlich anders ausdrücken aber ich bin nicht so wortgewandt ich wollte wie gesagt eigentlich nur sagen dass du bezahlbar bist du wirst du mein spatzilein ja ich weiß dein spatzilein bewahrt deinen roten panda auf ok da da wieso ist fox weggerannt weil hybrid wollte fox was schenken fox wollte nichts geschenkt haben und ist weggerannt und hybrid ist ihm hinterhergerannt und dann hat fox sich einfach ausgelockt dann hat fox zusammen bei dem haben wir hybrid nie haben wir fox nie wieder gesehen dann hat fox hat hybrid das fox per post geschickt fox hat es ihm wieder zurück geschickt hybrid hat es wieder hingeschickt fox hat es wieder zurück geschickt und das hing eine ganze weite so weiter ja jetzt sieht es gut aus mit einer voll bestie juhu entschuldigung das war nur ein kleiner freundschrei fox ist immer so doof ja also wie gesagt ich ich habe ein argument für dich ich habe einen roten panda für dich ich habe heute einen roten panda für dich auch wenn du ihn grad nicht siehst statt ein foto einen roten panda ja ja weil fox kriegt ja auch schon angst wenn wir bei ihm im stream auftauchen naja fox sagt zumindest nichts mehr wenn ich vier abos da lasse das hat er mittlerweile akzeptiert ähm wenn ich das eine mal bloß hallo geschrieben hab da ist ihm der art im stream geblieben ich weiß gar nicht warum ich weiß noch wo ich das allererste mal bei fox im stream kam und wir hatten halt vorher geschrieben und ich wusste nicht dass er streamt man hat er halt so vorsichtig angedeutet ja ich starte jetzt mal meinen stream ne so ist es okay wenn er hat ja bei einem gewinnspiel bei mir gewonnen das war ja dieses gamepad und äh dann wollte er halt ein unboxing machen und das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und hab dann natürlich bei ihm nachgeguckt hatte auch seinen link nicht weil er hatte ja nur dann den namen und war dann halt mit dem stream dabei und wie nervös er war als er dann gesehen hat dass ich da halt mit dem stream war wo ich dann halt so hallo geschrieben hab und so und er ist dann komplett rund angelaufen und dann so oh 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 was für eine Ehre und ich dachte nur so oh Gott ist das niedlich der war total nervös der war erstmal richtig fertig so dann kam mein follow dann mein follow er hatte glaube ich 49 Follower und 50 brauchtest du ja äh unter anderem um Affiliate zu werden ich hab ihm dann den 50. gegeben dann hat er erstmal halb angefangen zu heulen weil er natürlich mit der Affiliate geworden ist und ich dachte dann so oh Gott das ist so süß ich möchte knuddeln den Hybrid auch einmal den Dings ausgemacht? den Stream? ja das war das das war das das war als das war als das war als da so viele Subs gelassen hat da hat Fox dann erst mal den Stream beendet das war so cute ey also das ist halt echt so jemand da möchte man einfach nur in die Wange greifen und es ist so knuppig ja weil er auch dafür so das Gesicht hat ja guck mal hier mein Kleiner aber wie nervös ist er dann immer mit das ist ja so richtig niedlich als ich bei ihm zuerst mal auch drin war hab ich ihn ja auch getroffen weil ich seine Figur gelesen habe und als ich dann neben ihm stand und dachte oh was für eine Ehre die haben noch von von Samt das geht doch gar nicht bei den nächsten Subs von Hybrid Multistream auch raus das hindert ihn nicht daran ich weiß gar nicht was ihr alle habt Hybrid meint das doch bloß gut ja ich bin ich bin froh dass er mich zurzeit verschont ich werde Gott sei Dank wirklich gerade verschont da bin ich ganz Sackbaum für auch wenn ich mich drüber freue aber jeder der sagt der freut sich da nicht drüber ne der lügt ganz ehrlich ne natürlich freue ich mich drüber wobei wenn ich die Zahl sehe 130 Subs innerhalb eines Jahres dann denken wir auch schon so okay ja du weißt was sein Ziel ist ne äh ja da hat er ja noch einige Jahre vor sich mindestens zwei wenn ich sogar drei so ich nehme da mal meinen nächsten Job an den Taumatogen ja ich müsste eigentlich die Story weiter machen aber ich hab so ich hab so ja du hältst du hältst Wein ab vom vom nö ich steh hier einfach nur ich steh hier einfach Ryan könnte einfach weiter gehen also so wie du da stehst und sie anglotzt ne würde ich Angst kriegen was denn genau und dann schon du bewegst dich kein Millimeter das sieht irgendwie furchteinblößend aus Ryan könnte einfach weiter gehen ich würde ihr nicht folgen ich beobachte gerade nur schlimmer wärs wenn ich sie jetzt nicht anvisieren würde und ihr voll auf die Brüste starre ich trau mich nicht mich zu bewegen jetzt starre ich ihr erstmal woanders hin wie nah ihr dann untereinander steht vor allem Brust am Bauch ihre Brust beide in meinem Gesicht das ist ein bisschen creepy ja ihr habt ja recht ich gehe ja schon so packt ihr selber auf ja ja sauber auf ja alles klar mir fällt das sauber auf mhm gut ah scheiße ha ja ja Untertitelung des ZDF, 2020